Fangen wir der Einfachheit halber mal mit dem ganz normalen Layout an, was hier schon fertig ist, weil ich da natürlich mit wenig Aufwand viel erreichen kann. Das möchte ich euch mal als erstes zeigen. Jetzt seht ihr, hier wird immer gratis eingeblendet. Es gibt auch Layouts, die was kosten, aber die hier wären jetzt alle mal gratis. So, das heißt, ich suche jetzt mal eins aus, das hier. Habt ihr gesehen, mit einem Klick habe ich das hier rüber geholt. Ich könnte auch, ich lösche das nochmal kurz, das hier rüber ziehen mit Drag & Drop. Okay, was kann ich jetzt machen? Ihr seht, wenn ich auf das Foto klicke, kann ich hier verschiedene Dinge tun und wenn ich auf die Schrift klicke, kann ich auch verschiedene Dinge tun. Das Interessante ist, dass ich jetzt hier in diesem Design, in diesem Layout, was ja fertig ist, eigentlich aber trotzdem alles an mich anpassen kann. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich verändere die Schriftgröße, ich wasche, ändere die Schriftfarbe, ich verändere das Foto, ich lege da meinen Fotofilter drüber, ich schneide das zu. Also ich kann alles nochmal customisen, also an mich und meine Bedürfnisse und meinen CD, CI anpassen. Wie geht das? Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Wir fangen mal an mit dem Foto im Hintergrund. Das klicke ich an. Jetzt seht ihr, ist das ausgewählt. Jetzt merke ich natürlich gleich als erstes, ich kann an den Dingern ziehen. Aha. Ich kann das also größer und kleiner machen, womit ich dann natürlich ganz andere Bildausschnitte hinkriege. Ich kann noch anfassen und schieben. Okay. Setzen wir das mal so hin. So, dann kann ich jetzt erstmal schauen, was kann ich hier oben machen. Oh, jetzt ist hier oben was weißes, ich ziehe es nochmal ein Stück größer. So. Was kann ich hier oben machen? Also zum einen habe ich Farben. Das heißt, wenn ich da draufklicke, aha, sehe ich schon, gibt es eine Hintergrundfarbe. Das will ich eigentlich nicht, deshalb mache ich mal Steuerung zurück. Das heißt, ich gehe mal direkt weiter zu Filter. Da kann ich zum einen, wie ich das von Instagram und anderen Bearbeitungsprogrammen kenne, einen Filter drauflegen. Ich kann zum anderen die Intensität des Filters verändern. Und ich habe hier noch erweiterte Optionen. Das heißt, ich kann noch die Helligkeit verändern. Das ist jetzt eigentlich wie in jedem normalen Bildbearbeitungsprogramm. Seht ihr ja, da kann ich halt Sachen einfärben, verändern. Weichzeichner kann ich rausnehmen. Die Cross-Entwicklung, das ist, glaube ich, Blur. Und die Vignette. So. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ich könnte hier auch, wenn ich mit einem bestimmten Filter immer arbeite, direkt den Filtercode eingeben. Was kann man noch machen? Ich kann das Ganze zuschneiden. Zum einen kann ich es kleiner und größer ziehen. Das mache ich einfach, indem ich hier anfasse. Das haben wir eben schon gesehen. Und ich kann noch mal extra auf Zuschneiden gehen. Da kann ich es einfach nur noch verschieben und den Bildausschnitt genauer wählen. Kann ich aber eigentlich auch alles machen, während ich hier bin, weil da kann man auch ziehen. Da gibt es also nichts Neues. Dann kann ich das Ganze umdrehen. Das heißt, ich kann es horizontal spiegeln. Ich kann es vertikal spiegeln. Das ist in dem Fall ein bisschen lustig. Was heißt Abstand? Ich kann den Abstand vom Bild zum Bildrand bestimmen. Das zeige ich euch gleich einmal. Erstmal passe ich das wieder an die Größe des Bildes an. Dann sieht man das nämlich ein bisschen, also des Designs an. Dann sieht man das ein bisschen besser. So, knapp. So, und wenn ich jetzt den Abstand nehme, dann geht es von außen nach innen und wird quasi kleiner und bildet einen Rand. Das heißt, wenn ich außen einen luftigen Rand will, einen Abstand, dann kann ich das mit diesem Tool machen. Dann kann ich natürlich das Bild auch noch kopieren. Das heißt, ich habe es dann ein zweites Mal. Und könnte es zum Beispiel hier reinlegen. Hiermit kann ich löschen. Und jetzt habt ihr schon den Unterschied gesehen zwischen Bild löschen und Element löschen. Das mit dem Element erzähle ich euch später. Aber wenn man nur das Bild löscht, geht eben nur das Foto weg. Und wenn man das Element löscht, geht auch noch das weg, was unter dem Foto liegt, was quasi wie eine Blaupause für das Foto ist. Das hört sich jetzt total kompliziert an, ist aber tatsächlich total einfach. Zeige ich euch später. So, jetzt haben wir uns das hier einmal angeschaut. Wir können noch Sachen anordnen. Das heißt, ich kann Sachen nach vorne oder nach hinten holen. Jetzt habe ich das Bild ausgewählt. Wenn ich das jetzt nach vorne lege, verschwindet die Schrift. Wenn ich das zurücklege, kommt die Schrift wieder. Was ich auch machen kann, ist die Transparenz des Bildes verändern. Das heißt, es ist entweder voll mit Farbe da oder wird eben leicht milchig und durchsichtig. Ich kann einen Link einfügen, genau, und ich kann es löschen. So, das war jetzt alles, was man mit dem Foto machen kann, ganz intuitiv. Jetzt schauen wir, was man mit der Schrift machen kann. Zum einen kann man die Schrift verändern. Wenn die dann wie hier zum Beispiel nicht mehr in den Rahmen passt, kann ich den Rahmen einfach langziehen und das anpassen und wieder alles nach Gefühl hin und her schieben. Ich kann die Größe verändern. Ich kann die Farbe verändern. Das sieht ja schrecklich aus. Ich kann je nach Schrift das Ganze bold machen, also fett oder in Italics. Hier sieht man, Italics ist angestrichen, Italics ist eingestellt. So sieht es aus, wenn ich es fett mache. So war es. Dann kann ich mir überlegen, wo schiebe ich es hin. Ganz nach links, ganz nach rechts vom Rahmen oder mittig. Ich kann das Ganze klein stellen, also in Kleinbuchstaben und in Großbuchstaben. Jetzt war es schon in Großbuchstaben, deshalb hat es klein gestellt. Ich könnte theoretisch auch sagen, ich möchte eine Aufzählung aus einem Text machen. Wenn da jetzt mehrere Wörter stehen würden untereinander, dann wären mehrere Wörter in einer Liste. Und ich kann den Abstand verstellen. Das heißt einmal den Buchstabenabstand, ich kann das breiter ziehen oder auch die Zeilenhöhe. Achso, das sieht man jetzt natürlich nicht, weil es nicht verschiedene Zeilen sind, aber das mache ich mal kurz mit euch. Und zwar kopiere ich das hier einfach nochmal rein. So, und wenn ich jetzt die Zeilenhöhe verändere, seht ihr das, rutscht die Zeile hoch und runter. Genau. Das Einzige, was ich echt nicht bedienen kann, fragt mich nicht warum, das ist auch relativ neu, ist dieses Verweistextfeld. Ich verstehe das nicht. Ich habe das jetzt auch nochmal recherchiert, also ich werde euch stundenlang hier was über Kenway erzählen, aber das hier lassen wir leider aus. Da weiß ich wirklich nicht, was das bedeutet. Wenn es jemand weiß, schreibt es mir in den Kurs, in die Kommentare oder schreibt es mir persönlich, dann ergänze ich es sofort hier im Video und nehme den Teil einfach dazu auf und schiebe es dazwischen. Was kann ich noch tun? Ich kann ein Textfeld kopieren, indem ich hier oben auf Kopieren klicke, wenn ich es vorher ausgewählt habe, natürlich nur. Und jetzt machen wir mal die Schrift ein bisschen anders, suchen wir uns mal eine dicke Schrift aus. So, ich könnte jetzt diese Schrift auch von der Transparenz durchscheinender machen. Was jetzt nicht so spannend ist, wenn sie da oben auf dem Himmel ist. Was aber spannend sein könnte, lasst mich das hier mal eben löschen, wenn ich sie unten drauf setze. Dann sehe ich nämlich den Hintergrund durch. So, seht ihr, das sieht ja schon ganz anders aus. So ist das also, wenn ich ein fertiges Layout benutze und darin etwas verändere. Was auch noch wichtig ist, dass ich hier eben größer und kleiner stellen kann. Manchmal braucht man das und ich kann mir mein Design auch immer im Präsentationsmodus anschauen. Dann habe ich wirklich gar kein störendes Umfeld. Genau, und über Escape einfach zurück. Jetzt zeige ich euch zum einen nochmal das Layoutfeld. Hier oben geht ihr da drauf. Ihr könntet jetzt auch immer sagen, dieses Layout gefällt mir nicht mehr, ich möchte ein anderes Layout nehmen. Ihr könnt aber auch sagen, ich finde dieses Layout eigentlich gut. Und zum Beispiel, keine Ahnung, die Schrift. Ich möchte aber ein anderes Foto. Und jetzt wird es schon spannend. Ich kann nämlich dieses Foto einfach rausnehmen. Und jetzt seht ihr, das ist quasi das Template, also das Foto-Template. Was heißt, ich will ein Foto reinladen. Und jetzt kann ich auf meine Uploads gehen und kann sagen, ich möchte ein Bild hochladen. Das heißt, ich suche mir jetzt ein Bild auf meinem Schreibtisch. Dann nehme ich dieses Bild auswählen. Das lädt hier hoch. Jetzt seht ihr hier dran, wie der Ladefortschritt ist und hier an dem grünen Balken auch. Das kann ich jetzt aber schon rüberziehen. So, und das legt sich dann rüber. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, würde ich sagen, ach ja, ich fand die Schrift eben schön, aber jetzt passt sie nicht mehr. Dann nehme ich sie entweder weg oder mache sie nochmal kleiner. So, und ziehe sie mir dann wieder drauf und dann passt sie vielleicht wieder gut hin. Und so kann ich halt relativ schnell meine Designs verändern und meine Designs mit eigenen Bildern bestücken. So, jetzt haben wir also einmal hier bei diesen Layouts was ausgesucht und das verändert. Wir nehmen jetzt nochmal kurz ein anderes, einfach um da sicher zu sein, dass wir das drauf haben. Und zwar dieses hier. Das ist nochmal ein bisschen anders. Da ist oben ein Bild, unten Schrift und in der Mitte ist hier so ein Design-Element. Und jetzt sehe ich direkt, wenn ich das anklicke, kommt hier eine Farbe. Das heißt, ich kann hier eine neue Farbe auswählen. Aha, und dann ändert sich das auch. Okay, verstanden. Und wir nehmen noch ein anderes, um schon mal zu verstehen, wie das hier funktioniert. Da könnte ich ja jetzt auch meine eigenen Bilder reinziehen. Das heißt, ich nehme doch mal das hier. So, und jetzt, da ich nur dieses eine Bild bis jetzt hochgeladen habe, machen wir das jetzt ganz einfach. Wir nehmen das einfach nochmal. Und dann seht ihr auch gleich, wenn ich da jetzt reinklicke, kann ich nur dieses eine Bild verändern. Und man kann mit einem Bild tatsächlich tierisch viel machen, je nachdem, wie man das zuschneidet und verändert. So, jetzt mache ich das einfach nochmal ein bisschen größer. Das ist gar nicht so einfach, weil ich habe gar keine Maus, sondern nur mein Touchpad. So. Und jetzt seht ihr schon, das ist eigentlich ganz cool, weil jetzt habe ich nur diese Teile aus dem Hintergrund genommen. Und die sehe ich zwar hier auch, aber hier könnte ich ja jetzt auch das Bild nochmal anders beschneiden. Und hier unten vielleicht nochmal einfach als Hintergrund reinpassen. Ihr seht, mit Drag & Drop geht das immer. So, und jetzt wollen wir das hier auch noch zuschneiden. Und dass ich da jetzt einfach, wenn ich das mal ganz groß mache, vielleicht so ein Mittelteil nehmen kann. Hier. Noch ein bisschen größer. Dann nehme ich einfach den Hintergrund, dass das farblich sich so ein bisschen schön ergänzt. Genau. Das ist dann auch ähnlich wie das. Jetzt könnte ich noch sagen, das ist mir zu ähnlich zu diesem Teil. Das heißt, ich spiegele das einmal. Und zwar vertikal. Genau. Und jetzt seht ihr schon, dass ich quasi mit einem Bild ein komplettes Design machen könnte. Ja. Das ein paar Bildausschnitte hat. Das ist natürlich ganz cool, weil das heißt, dass ich nicht dauernd neue Bilder machen muss. Und dass ich mit Bildern, die ich habe, auch durchaus spielen kann. Genau. Das ist jetzt unser zweites Testlayout. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn noch, was ein bisschen anders ist. Das hier zeige ich euch noch. Einfach, weil man da auch mal kurz zeigen kann, dass man tatsächlich dann alles einzeln ändern kann. Das ist auch ganz cool. Je nachdem, wie das Bild angelegt ist, kann man da wirklich was ganz anderes draus machen, als es ist. Genau. Das wäre jetzt, wenn man Icons einfärbt. So, und als nächstes kommt jetzt aber, dass wir nicht hier irgendwelche vorgefertigten Designs nehmen. Übrigens am schnellsten, was zu löschen ist immer, man zieht einmal die Maus rüber und löscht alles. Dann ist alles auf einmal weg. Sondern man baut ein ganz eigenes Design. Finde ich mittlerweile viel cooler, als diese Designs zu nehmen. Also der Canva-Anfänger zeichnet sich auch immer dadurch aus, dass er hier ganz viel von diesen Designs verwendet und nichts passt zusammen. Und der Canva-Fortgeschrittene fängt dann schon so an, seinen eigenen Style zu entwickeln. Also das waren jetzt mal die Basics. Was kann ich mit den Canva-Layouts machen, wenn ich mit den Canva-Layouts als Basis für mein Design starte? Und jetzt gleich zeige ich euch einfach einmal, wie kann ich selbst, komplett selbst ein Design bauen und was gibt es alles für einzelne Teile? Und schaut gerne auch in die Übungsaufgaben zu dieser Lektion, denn es ist immer wichtig, die Sachen praktisch umzusetzen. Und ich freue mich, wenn ihr euch da gleich dran macht, denn nur wer selber baut, der lernt auch mit dem Programm umzugehen. Und ich freue mich, wenn ihr euch da seid, wenn ihr euch da seid, wenn ihr euch da seid.